Musik Meine Damen und Herren, wir sind hier im Iraner See, wo wir wahrscheinlich die nächsten Tage baden können gehen. Also ich möchte nicht helfen. Einmal hier aus dem Laufen ist unsere Polizei gekommen. Alle zusammen! Deutschland! 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 Es wird schon diskutiert. Es wird Zeit sich zu bewegen. Höchste Zeit der Angst. Au! Er greift es. Wir wollen aufstehen auf einem Bezug. Au! Ja, komm! Erstmal die Hand! Ja! Der Kleiner hat so ein Papier, so ein Müll. Ja! Jeder hat was einzubringen. Diese Vielfalt wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen. Neue Texte laut und klar. Ja! Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen. Voneinander lernen, miteinander umzugehen. Ausstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Also, ähm, das Essen ist eigentlich... Ähm, es geht gerade so. Es ist auch das billige, verpackte, im Lasse zum Aldi-Brot. Es schmeckt halt nicht. Oder es ist halt auch ein Rewe, Lidl oder sonst irgendwelchen billigen Bläden. Ähm, und äh, ganz zufrieden, ich bekomme die Leute aber die größere Portion. Und wir müssen, wir dürfen halt immer nur ein- bis zweimal gehen. Und die Leute bekommen halt immer größere Portionen. Und ich finde das unfair und ja. Noooo! Lass auf! 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 Ey, ich brauch nicht noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020